Oh, Jansky hat auch schon wieder ein neues Video. Da können wir eigentlich auch gleich nochmal reingehen bei Jansky. Was hat Jansky denn für eine Content-Rakete gezündet? Das Video heißt, das reinste Chaos. Das kam vor einer Stunde raus. Das heißt, Blätten muss dabei sein, wenn es das reinste Chaos heißt. Okay. Wir machen uns bereit. Let's go. Moin Moin Leute, Shiro hier. Und willkommen zu diesem Video in der heutigen Folge. Unser Agent lernt den Samycam. Denn es ist auf dem Kuschelkurs. Und ich kopiere die Ferrari-Strategie. Wir sind jetzt eine halbe Runde vor uns. Mann, Blätten. Mann, Blätten. Warum geht das denn mit dir schon wieder los? Was kommt jetzt? Oh mein Gott, der BMW. Au, ey, hallo, hallo. Was soll das? Hallo, da. Hallo, da. Hahaha, was ein Scheiß. Mann, Mann, hallo. Was soll denn das? Oh. Ja. Oder vielleicht nicht, wenn ich Glück habe. Ich glaube, nur einer ist das. Scheiße. Das hat keiner gesehen. Oh, oh. Ich weiß nicht, wo lang. Scheiße. Ja, da nicht. Du schaffst es, Sascha. Du schaffst es. Okay, da hast du fest. Eieiei. Wird Spielberg-Turn-1 jetzt so ein Ding? Ach, komm. Mann, Junge. Ich hab so gut gedodged, ey. Ja, du bist auch ein Held, Alter. Lass mich das gar nicht raussehen, ey. Das ist neues Monster-Turn-1. Ja, so sieht das auch aus. Wir haben jetzt von der... Wow, ey. Was? Warte mal, was ist das hier? Oh ja, ein da. Oh, bleib halt stehen. Wir gucken seit einer Minute 35 und sind immer noch in Spielberg in Kurve 1. Was ist hier los? Er bleibt halt einfach stehen. Mein Gott, in der Kurve. Was ist denn los mit den Leuten? Wieso bleiben die denn alle stehen? Oh, mein Auto. Okay, zweiter Gang ist blöd. Was ist denn hier los? Das ist doch ne Grade. Was macht der denn? Warte, jetzt deine Mission. Ach, komm mal. Kommt da mehr. Scheiße. Arbeit doch mal lieber mit TC1. Ab am Jodo, danke für den Raid. Du bist schuld. Ich dachte, ich kann mich, wenn ich aufs Gas gehe, nochmal so richtig cool zurückdrehen. War dann eher nicht der Fall. Aha. Gut. Hat keiner gesehen. Ich wollte was testen, ist eh vorbei, das Rennen. Hat keiner gesehen. Hallo, wo sind meine Typen hier? Ach, ja. Ich hab mir ne Typen hier. Oh, nee. Ich hab mir ne Durchfahrtsstrafe und keine, und oh, nee. Ja, jetzt hast du, jetzt Blätten musst du anhalten. Schade, also ich bin ja schon in der Zukunft leider. Ja. Oh, geil, guck mal. Oh, nee, warte mal. Das will ich mir jetzt noch angucken. Äh, was, was, was passieren hier für Sachen? Haben die in Spielberg einen gesoffen? Haben die alle einen gesoffen? Oh, Junge. Warum stehen die da? Sieht aus wie Monster SAO. Das wird jetzt Giga unangenehm. Und jetzt kommt Monster SAO. Okay. Was passiert denn hier? Frag mich nicht. Ach, Digga. Was ist das denn? Weltklasse. Wo kann der denn hier? Der ist ja komplett, hat komplett durchgezogen. Der hat komplett durchgezogen. Da sind sie auf Monster auch alle so gierig rausgefahren und sind sich dann alle so in die Karre gefahren. Yeah. Ich habe den Tür an, Klapp, Buck. La 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 la. Ah, komm mal an. Hey. Huh. Huh. On your left, three wide, you're in the middle. Huh. Hold your line. Clear right, clear all round. On your left. Still there. Nice. Woo. Good job. Heli. Boah. Mein Motor ist aus. Ist das Töne? Ist das Runde 1, ja, oder? Runde vor der, ne? Oh, oh. Da kommt ein Ferrari. War das Runde 1? War das der Start? Wild? Runde vor der, ne? Oh, oh. Da kommt ein Ferrari. Ferrari down. Oh. Oh, Junge. Ah, Junge, es geht weiter. Hallo. Wer ist normal? Alter, was, was, was passt? Sag mal. Boah, was ist denn los in dem Video, Alter? Der McLaren ist komplett reingeschallert. What the fuck? Da drehen sich McLaren. Boah, Mann. Ja, gut. Warum wird es jetzt ein gutes Practice? Oh, no. Was ist denn hier los? Hallo, hallo, hallo. Was ist denn hier los? Nein, 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 nein. Inwie habe ich kein Glück hier. Habe ich zu wenig Platz gelassen? Möglich, ne? Alter, warte, 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 warte. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Das ist alles Runde 0 und 1. Was ist hier los? Ja, ich werde verbe... Ja, McCormick hat mich getötet. Perfekt. Oh, Junge, habe ich ein Glück. Das ist auch jedes Rennen das selbe, Mann. Er kam halt von 20 Kilometern in Entfernung auf einmal. War einfach immer drin. Oh, Gumball, Wichocke. Oh, mein schönes Rennen hier. Lol. 20 Jahren hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich mit meiner Schnauze an ihm dran bin. 110 Liter reinhagen. Ich habe doch irgendeiner das komplette Risiko eingeht und Slicks probiert. Ich glaube, das wird sie nicht auszahlen. Dafür ist es noch zu... zu nass. Oh, Williams ist auf Slicks gegangen. Ah, nee, sind sie nett, eh? Meinst du McCormick? Ja, McCormick ist doch auf Wets. Nee, bei mir hat er Slicks. Huh? Ist das nicht Borderline Dry, Tyrus? Aber Slicks sind auf jeden Fall die richtige Wahl. Ja, ja. Das Ding ist, wir holen sogar auf Gronewald auf. Obwohl die die frischeren Reifen jetzt haben. Decke ich auch nicht. Sind die auf Slicks? Warte mal. Nee, nee. Die haben... Die sind auch auf Slicks, laut Anzeige hier. Gronewald ist jetzt gerade eine 5-4-7 gefahren. Die Anzeige stimmt ja aber nicht, oder? Kann das sein? Ich erinnere mich dunkel. Warum wird das jetzt auch immer so schnell? Die hat keiner Slicks drauf. Die haben alle Wets. Oben sagt, wir sind auf Slicks. Hä? Wir sind auf Slicks, ja. Ich habe halt das Gefühl heute, werden wir alle verarscht. Es war tatsächlich mal keine Ironie. Junge, die fahren gefühlt seit... seit 20 Minuten, 45er Zeiten. Was ist denn das? Warum auf einmal? Wo sind die? Die waren vorhin 4 Sekunden vor uns. Sind jetzt eine halbe Runde vor uns. Nee, es ist halt einfach so, dass die Regenreifen zu heiß sind und nicht mehr genug Grip haben. Die Trockenreifen, wenn du halt so höhere Drücke rein machst, sind die zwar zu kalt, aber sind halt schneller als viel zu heiße Regenreifen. Zeit für beide. Hä? Bleiben scheiße, aber 6 Cent. In dem Fall der bessere Weg. Warum sind die denn gerade so langsam gefahren? Die wirklich mit Slicks, oder was? Guck mal hier, ich bin deutlich schneller in den Kurven. McCormick hat es wirklich Slicks. Was? Nie im Leben kannst du hier mit Slicks fahren. Guck dir mal an, wie nass... Aber wie geil ist das auch, Alter. Einfach noch TC1 drinne. Ich verschwinde kurz, damit ihr das sehen könnt. Es regnet, Alter. Und es ist einfach TC1 drinne so. Na klar. Was zum Kuckuck passiert hier? Was das ist? Ja, perfekt. In 30 Minuten Trocken war Wix. Ich habe jetzt schon 98 Grad hinten, Junge. Ja, ja. Es war der falsche Call. Sorry. Ich dachte nicht, dass das ansatzweise funktioniert. Ja, ich hätte aber auch nicht darüber nachgedacht. Wie gesagt, also ich war ja... Ich hätte das auch Spaß gesagt, dass wir auf Slicks gehen. Und das wäre der richtige Call gewesen. Und ich habe selber nicht eins genommen. Oh no. Nein, 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 nein. Mann, das bremst einfach nicht mehr. Hallo. Das bremst einfach nicht mehr. Ach, schönes Video, Janski. Schönes Video. Oh, Spielberg scheint auf jeden Fall ein Ding zu sein, Chat. Holy moly, ging es in Spielberg ab. Danke, Janski. Tschüss. 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 Vielen Dank.